Bonjour, wir grüßen euch hier von den Dächern von Florenz. Wir sind hier auf dem Valo Partner Summit 2017. Mein Name ist Peggy Bolz, mein Mann Jan ist hier von der PointPro Solutions. Bei uns ist Juha Koivula, Product Manager von Valo. Juha, erzähl uns doch mal was bedeutet Intranet out of the box und was ist das besondere an Valo? Ja, also in Valo unsere Vision ist Intranet Projekte mit SharePoint einfach zu machen. Valo ist also eine fertig gemachte Intranet-Lösung für SharePoint, auf SharePoint on-premises installierbar, auch in die German Cloud und Office 365 hat all die Features von einem modernen Intranet wie zum Beispiel Nachrichten, Content Pages, Social Hub, Teamräume und so weiter und so fort. Genau und das sind eigentlich genau die Dinge, die uns zu Valo gebracht haben. Wir haben in den letzten Jahren viele Projekte gemacht, wo wir viele, viele Mann-Tage reinstecken mussten, um eben genau diese Dinge, die einfach, schön und vor allem auch wartbar sind, selber umzusetzen. Und wenn ihr diese Lösung einfach mal kennenlernen wollt, fordert doch einfach bei uns auf der Homepage und Test Zugang an. Wir freuen uns auf euch.